In der Vielfalt der Make-Up-Produkte ist der rote Lippenstift ein zeitloser Favorit, unverzichtbar wie die schwarze Mascara. Aber wusstest du, dass er noch viel mehr kann, als nur die Lippen zu betonen? Hier sind überraschende Make-Up-Hacks mit rotem Lippenstift, die du garantiert noch nicht kennst. Tipp 1. Als Farbkorrektor. Roter Lippenstift kann Augenschatten neutralisieren. Etwas unter den Augen auftragen, mit einem Schwämmchen verwischen und ausblenden. Anschließend mit Concealer abdecken. Das Ergebnis ist ein heller, ebenmäßiger Tarn. Tipp 2. Als Rouge. Verwende roten Lippenstift als Rouge für einen frischen Glanz. Tupfe ihn mit einem Pinsel oder dem Finger auf die Wangenknochen und verblende ihn nach außen. So erhältst du einen strahlenden Teint. Und Tipp 3. Als Lidschatten. Für ein lebendiges Augen-Make-Up verwende roten Lippenstift als Lidschatten. Wähle eine cremige Textur und verblende sie auf den Lidern. Das sorgt für einen auffälligen Look. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.